Mode allein ist nie mein Thema gewesen. Ich war immer ein Designer, der sehr nah an den Menschen ist. Ich bin sehr scharf auf Menschen, ich bin sehr scharf auf ihre Unzulänglichkeiten. Ich mag sie, wenn sie fröhlich sind, ich mag sie, wenn sie sich freuen. Und ich finde, wenn eine Frau aus einer Kabine kommt, die kann 18 sein oder 78, wenn die sich dreht und fühlt sich wohl im Kleid, bin ich glücklich. Und das ist vielleicht das, was mich dazu auch befähigt, vielleicht mit Humor über Textilien zu reden. Leute glauben immer, ich will sagen, wie oft sitze ich irgendwo, kommen die an und sagen, Herr Kretsch, mal ganz schnell, wie viele Punkte zeichnen. Ja, 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 ich sitze im Flieger, vor kurzem sitze ich im Flieger morgens und gucke so runter, weil ich, sag mal, sagt eine Frau heute mir, Herr Kretsch, mal, Sie können sich, ich weiß, ich habe sie erkannt, aber ganz kurz, hält mir so ein Handy hin, das rechte oder das linke Kleid. Ich habe gesagt, das linke, danke schön. Also es geht ganz, manchmal geht es ganz schnell auch, also das geht ganz fix oder ich kriege rührende Briefe und auf der Straße selber muss ich sagen, ich mag die Vielfalt, ich mag auch, deswegen liebe ich auch Shopping Queen so, das spüren, glaube ich, auch die Leute, dass ich einfach Freude habe, das zu machen, weil ich Mode was Wunderbares finde, aber Mode allein ist nie mein Thema gewesen. Ich war immer ein Designer, der sehr nah an den Menschen ist. Ich bin sehr scharf auf Menschen, ich bin sehr scharf auf ihre Unzulänglichkeiten. Ich mag sie, wenn sie fröhlich sind, ich mag sie, wenn sie sich freuen. Und ich finde, wenn eine Frau aus einer Kabine kommt, die kann 18 sein oder 78, wenn die sich dreht und fühlt sich wohl im Kleid, bin ich glücklich. Und das ist vielleicht das, was mich dazu auch befähigt, vielleicht mit Humor, mit über Textilien zu reden. Wobei wir jetzt doch nochmal auf diese Unzulänglichkeiten zu sprechen kommen müssen, weil es gibt ja wirklich auch Designer, bei denen man das Gefühl hat, die hassen Frauen. Also die machen ja Kleider, wo man definitiv einfach nicht reinpassen kann. Bei dir ist das anders, du machst ja wirklich Kleider für Frauen und man passt da eben auch rein, wenn man Formen hat. Aber was ist denn so die größte Problematik bei uns deutschen Frauen? Also was ist bei uns die größte Herausforderung? Also ich glaube gar nicht, dass es ein deutsches Ding ist. Es ist, glaube ich, Schmerz. Es gibt nicht diese, die Deutschen sind nicht schlecht angezogen. Punkt. Ich kenne sehr viele, ich habe in so vielen Ländern gelebt, ich kenne sehr schlecht angezogene Französinnen auch, wo alle glauben, die können es den ganzen Tag, wenn man in die Vororte fährt, sieht man auch einen Kittel, kann auch da auf der Straße souverän getragen werden. Also es ist so, ich habe 20 Jahre in Spanien gelebt und habe da sehr gerne gelebt. Das sind tolle Frauen, die gibt es auch ganz wunderbare. Ich glaube, dass jeder einen guten Tag hat und auch mal einen schlechten, das ist zumal als erstes. Und dann glaube ich eben auch daran, dass Mode ein bisschen mehr ist als nur so ein Look, den man dann sieht. Und das ist eben auch Ausdruck von, wie man gerade ist, mit wem man unterwegs ist, in welchen Möglichkeiten man auch hatte, was man gegriffen hat, ob ich gerade verliebt bin oder ob ich traurig bin. Ich glaube, das einzige Problem, was ich sehe, ist, dass manche Menschen sich Textil aufgeben, bevor sie eigentlich angefangen haben, denken, ach ist ja egal, rascheln nebeneinander im Fliegeseideanzug auf dem Sofa. Es ist sicher ganz schön, glaube ich, wenn man das macht, aber ich glaube, wenn Textil so viel Krach macht, dann denke ich manchmal, ach was wäre das schön, vielleicht auch mal, wenn das ein bisschen andere Stoffe sind, die vielleicht einfach angenehmer zu tragen sind. Wann hat denn das alles angefangen? Dass ich, äh... So mit sich mit Mode, mit Stoffen zu beschäftigen? Achso, das war schon immer so. Ich bin Textil geboren, meine Aufgabe ist Textil. Ich war ein textiles Kind, ich habe immer alles, die Gardinen in den Fingern gehabt, ich fast wahnsinnig gerne Baumwolle an, ich habe gerne auch Frauen dran. Also ich kann wirklich, ich bin, ich träume Textil, ich erinnere mich Textil, ich habe, das ist eng mit meinem Leben verbunden. Aber die Großfamilie im Raum Münster, da ist der kleine Guido Maria unterwegs und soll Flöte lernen, zum Beispiel, sag ich jetzt mal. Ja, Flöte, das war nicht so mein Ding, weil ich muss sagen, ich habe, Flöte, Flöte war so, das ist ein gutes Beispiel, weil ich sollte nach den Sommerferien Flötenunterricht bekommen, da war ich vielleicht sieben Jahre alt, bin ich wahnsinnig gefreut darauf und dann habe ich mir so ein Heftchen gekauft und diese normale Flöte bekam ich mit dem kleinen Flötentäschchen, da dachte ich so, eine karierte Tasche, das geht doch nicht. Also ich habe genäht, sechs Wochen genäht, habe an der Flöte rumgeklebt, Steine drauf gemacht, man konnte kaum noch die Finger halten und meine Mutter, die keine Musikerin ist, fand das zauberhaft, die meinte, ach Guido, wie du dir Mühe gibst. Die sah also, wie ich mich gefreut hatte, also ich ganz stolz nach den vielen in dem Flötenunterricht saßen die da alle mit ihrer ordinären, normalen Flöte. Ich war also Lichtjahre davon entfernt, hatte so eine lange Flötentasche aus Samt und habe die da ausgepackt und mein Notenheft bemalt. Und da flippt die aus, die Musiklehrerin, flippt aus, was hast du denn nicht gemacht, das hat mit Musik nichts zu tun. Ich habe weinend das Ding verlassen und dann weiß ich noch, dass meine geliebte Mutter hat mich hinten aufs Fahrrad gesetzt. Und meine Mutter ist so eine Frau, wenn die sich aufregt, es kennen ja viele Frauen, dann weint die auch vor Aufregung, wenn die sich ärgert, weint die. Ich bin leider auch ein bisschen so. Und Mama, ich saß hinter Mama und Mama fuhr und hat alle unterwegs sich schon vorgenommen, der Frau genau zu sagen, dass ich mit Liebe sechs Wochen gebastelt hatte. Wir kommen da rein und wir haben beide nur weinen können, aber da wusste ich, da hat sie nur gesagt, ich liebe ihn über alles. Und der hat sich so, und da dachte ich, ach meine Mama ist stark, wir müssen gar nicht flöten. Und das ist auch so geblieben. Ich habe dann, ich wusste, die steht zu mir und da war für mich das Musikthema durch. Das erste Auto war für ihn in Sachen Umgestaltung, Umgestaltung nicht so wirklich sicher. Also, nee, das war so, dass ich immer, ich lebte ja auf dem Land, ich war total auf dem Land groß geworden. Ich wollte irgendwie immer weg, obwohl ich das so schön fand, dachte ich, bitte hol mich doch einer hier weg. Für mich war klar, ich brauche ein Auto, weil ich ja sehr früh schon verdient habe. Ich bin ja, seitdem ich denken kann, bin ich eigenfinanziert. Ich hatte ja schon ein Atelier, schon mit zwölf und ich habe ja immer verkauft. Ja, ja, ich war immer selbstständig. Also, ich musste irgendwann, ich habe immer schon gearbeitet und habe immer, wenn man, ich war ja sehr früh dabei. Also, ich war, glaube ich, sogar fast schon mal scheinselbstständig. Und ich dachte mir, mein Vater meinte, Guido, du musst jetzt anfangen. Und dann habe ich mir, ich konnte mir auch alles kaufen sozusagen. Ich bin auch allein in den Urlaub geflogen, schon mit 14 nach Mallorca ganz allein und so, wo meine Eltern Angst vorm Fliegen hatten. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich brauche ein Auto. Da war ich 16, glaube ich. Ich habe mir einen R4 gekauft, damals mit Revolverschaltung. Der war einfach weiß. Jetzt hatte ich ja zwei Jahre Zeit, bis zum Führerschein, das Ding zu stylen. Und da habe ich dann angefangen, erst zu streichen. Und dann habe ich das beklebt, dann benäht. Und irgendwann, nach zwei Jahren, konnte man kaum noch also den Tacho sehen. So, da habe ich einen Vater. Und mein Vater, der ist sehr auf dem Boden ist, den ich sehr mag, weil der ist sehr auf dem Boden. Der sagte, Guido, das ist doch eine Horrorkarre. Der TÜV legt dir den Larm, das geht, die kriegst du nie wieder. Wer soll das Auto denn fahren? Und dann war es wirklich so, dass das dann so durchgestylt war zum Schluss, dass wir wirklich ein Problem hatten, ob er denn auf die Straße durfte. Und als ich dann 18 war, bin ich ja gleich nach Spanien, also ich konnte das Auto gar nicht gebrauchen. Und da habe ich es annonciert und habe es, glaube ich, für 1000 Mark oder 800 Mark gekauft. Und habe es für 3000 weiterverkauft, weil da so ein Hippie-Mädchen kam, die so begeistert war. Und mein Vater, und der erste Gang ging schon gar nicht mehr. Und mein Vater war sich seitdem fest der Überzeugung, dass ich immer davon leben kann. So ist es auch gekommen. Oh, tschüss. Tschüss.